hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge animation von daily combo mastery mit uns beiden ja sofort und gleich youtube genau so also wir gehen jetzt mal in die combo machen wir sind sofort und unter gleich und youtube so wir gehen jetzt mal in die daily combo mastery rein und dann schauen wir mal was die sache ist wir haben zum einen ganz am anfang das richtig aus so das ding ist ja ist eigentlich ein ganz guter defensive tank aber dafür würde ich keine 500 gems ausgeben wieso du kann ja guck mal hat hijack er heilt hat bodyguard aber 500 gems würde ich jetzt dafür nicht ausgehen so dann gehen wir mal die nächste komo rein ist spacecar driver ja gut es gibt welche die haben sie jetzt in müßig und zeigt mal wie das ding in müßig aussieht naja also das ist das lohnt sich nicht wirklich so dann gehen wir hier rein und da ist eine combo die ich unbedingt haben will das ist die bad toucher china und die bad toucher china ist schon auch ziemlich effektiv und vor allem ja sie heilt sich ja selbst immer wieder und hat relativ viel punch bedeutet ja das ding das lohnt sich schon die spiele ich auch immer mal ganz gerne also da drücke ich jetzt mal drauf so zack und jetzt macht's schubs und dann haben wir die combo ich meine combo habe ich ja sowieso aber dann kann man die ein bisschen verbessern so und dann gehen wir in die letzte combo mastery mastery rein das ist tattooed fat guy wer hat die mit und denkt ja also sie fehlt kohle mit kohle mit rindfleisch gefülltes kohle und auf deutsch so du gibt es immer noch genügend und ich spiele ihnen nicht mehr aber ist doch mal so solange du nicht so lange du nicht im sfc bist kannst du damit immer noch echt relativ viel anfangen so also ja ein tausender wird jetzt auch nicht dafür hin blättern also insofern die einzige combo gut für den einen oder anderen könnte der heng interessant sein aber die einzige combo wo ich sag ihr da kann lohnt es ist wenn man sie hat also man muss natürlich die die combo zur verfügung haben dann und auch des öfteren mal spielen dann lohnt sich diese bad toucher china so ich hoffe es hat euch ein bisschen geholfen und jo dann wünsche ich euch was dass man da schreibt was in die kommentare abonniert den kanal schalte zunächst mal wieder einmal das animation slowdown mit jemand sofort und mit jemand gleich macht's gut bis dann und tschüss